hallo liebe spielende hier ist wieder gary metatron mit einem live stream zu uncharted 4 ich hoffe ihr könnt mich verstehen ich mache gerade noch so einen kleinen soundcheck bevor wir richtig loslegen damit wir auch uns alle gut miteinander unterhalten können wenn ihr fragen im chat habt dann würde ich darauf reagieren und deshalb muss ich so ein bisschen erst mal prüfen ob man mich überhaupt gut versteht weil das spiel ist ja auch relativ laut und dann muss ich mal gucken ob meine sprache zu laut ist oder das spiel zu laut ist so aber ich glaube das kriegen wir jetzt auch gut hin ich hoffe das spiel ist nicht so laut wenn das spiel zu laut ist sagt einfach was bescheid und ja dann würde ich sagen los geht's fangen wir mal mit der story an ja wir können neue spiel starten wir können ein spiel laden wir starten natürlich ein neues spiel und jetzt können wir sagen auf welchem schwierigkeitsgrad ich muss ehrlich sagen ich habe uncharted schon ja auf platin durchgespielt jedenfalls die ersten teile fand ich sehr cool habt ihr auch ein zweimal gespielt mindestens also wenn ich sogar dreimal und habe dort auch platin geholt und das bedeutet ich habe da extrem schwierig gespielt ich würde aber sagen wir fangen wir mit mittel an das spiel kann ich immer noch mal später auf extrem schwierig spielen und mal gucken wie schweres auf mittel ist vielleicht ist ja schwerer als die vorigen teile schauen wir mal so was haben wir hier beim zielen an gegnerische ziele andocken das habe ich noch nie gemacht das brauchen wir so nicht eine kamera hilfe richtet die kamera automatisch in bild und das brauchen wir glaube ich auch nicht und fahrzeugkamera hilfe lassen wir auch erstmal alles aus das dürfte alles ohne probleme klappen und so möge uncharted 4 nun beginnen ich muss jetzt erstmal einen neuen speicherstand machen deshalb jeder gerade wohl nichts gehe ich mal von aus muss ich gerade mal hier starten moment so jetzt müsste es aber losgehen hier ich bin zurück in der anwendung und es wird geladen jetzt wird spannend die dublone dreht sich schon wie ist das so ich glaube so hieß dass du belohne oder so naja auf jeden fall das gold stück und es geht los komm wo bist du ich bin ein mann des glücks und ich muss mein glück suchen henry avery 1694 das ist lang lang her das ist echt nicht gut festhalten nicht ja ich weiß ich weiß ich weiß dann gibt gas ich fahr schon so schnell ich kann na das fängt ja wieder gut an da ist man gerade mal wieder vielleicht einfach mal sterben oder auch nicht aber erst mal mache ich den untertitel an der muss erst mal sein damit ihr auch mitlesen könnt wenn ich mal quatsche oder untertitel ist aus das geht gar nicht so und jetzt müsste es mit untertitel sein falls ich mal zu viel rede wir fahren weiter und das nächste boot Weck dir lang. Klappt das mal gut? Ja. Voll. Weiter so! Wie direkt ist die? Großes Boot! Großes Boot! Oh Scheiße! Der Spieler fliegt nach! Nehme! Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dich fahren! Das war ja mal wieder was. Großes Boot! Oh! 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 Schnell wieder aufsteigen hier! Oh! Verdammt! Boah! Das war knapp! Da sind wir jetzt mal gerade so vorbeigetaucht. Und wieder aufsteigen. Hm? Voll Action reicht sofort am Anfang hier! Geile Uwe! Okay! Okay! Shit! Motor im Rennen! Was? Ich, ich kümmere mich drum! Gib mir Denko! Das war's! Komm schon! Das war's mit! actually ήταν wirklich los. Zum'll! Ich kann den Jating von Das war's mit Rennen. Und dazu kommt! Scheiße! Scheiße! Verdammt! Oh, shit! Wenn ich zu leise bin, sag Bescheid. Wenn ich zu laut bin, sag Bescheid. Wenn ich zu laut bin, sag Bescheid. Ja, ja, sicher! Funktioniert's? Jawohl, komm schon! Bring uns hier raus! Fahr direkt zur Insel! Hey, hey! Ich kann fast nicht mehr! Nathen, schnell! Alter, einfach nur! Boah, das ist spannend, diese Felsen. Aber ich glaube, man hat einen ganz guten Weg gefunden. Wir sind noch ein bisschen los. Rechts von dir! Du Scheiße! Nathen! Schon wieder im Wasser. Oder? Nathan? 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 Nathan! Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst Leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal was ich versuche. Du scheinst unbedingt den selben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Was für ein Jammer. Sam. Das ist Nathan als kleiner Junge. Wie cool ist das denn? Die Verlockung des Abenteuers. Jo. Der Junge ist also wohl in einem Heim. Ja. Hat wohl keine Eltern. Wir erfahren also schon. Ich würde sagen, er ist hier 12, 13, 14 so rum. Ich kann das nicht einschätzen. Ähm. Jo. Ist wohl elternlos. Sein Bruder ist auch hier irgendwo. Wird so schlimm wie sein Bruder, sagt die Nonne. Jo. Und wir haben den jungen Nathan als ganz kleines Kind hier. Das finde ich mal cool. Und von dem Bruder weiß man ja eigentlich gar nichts, wenn man die Trailer nicht geguckt hat. Pfff. Wer ist denn sein Bruder? So. Und wenn wir hier mal hingucken. Wir suchen natürlich auch Schätze in den einzelnen Gebieten. Aber ich glaube dafür sind wir noch ein bisschen zu früh für Schätze suchen. Jedenfalls leuchtet hier nichts. So wie ich das mit den Schätzen kenne. Das blinkt ja normalerweise und so. Ich dürfte hier jetzt nichts verpasst haben. Nicht, dass wir jetzt schon was verpasst haben, wenn wir hier rausgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall das Bild sieht toll aus. Unterm Bett auch nichts. Ach komm. Weiter geht's. Nach vorne drücken. L. Tue ich. Na komm. Gehst du rüber. Ich krieg mal X dabei. X wäre auch ganz sinnvoll. Wow. Also schon alleine hier dieses Dach ja. Mit diesen Blättern da drauf. Mit diesen. Also das sieht ja wohl schon geil aus. Ich seh nicht. Hammerkohl sieht das aus. Mir gefällt die Grafik. Geht schon optimal. So. Warum komm ich hier nicht rüber. Ah ja. Gut. Hui. Wie schön. Richtig schönes Gebiet. Und wir sind nur am Anfang. Oh mein Gott. Wie soll ich das Spiel denn durchspielen, wenn ich mir jetzt alles so angucken will. Nein, das machen wir jetzt natürlich nur zum ersten Mal zum Staunen. Aber das hat schon mal sieht echt aus. Echtes Dach hier bei mir. Also wenn wir bei mir aufs Dach gucken hier. Bei meinem Haus ja. Da sieht es genauso schlimm aus. Ich brauche echt mal einen, der mir die Blätter weg macht. Und so. Auf jeden Fall ziemlich cool. Oh. Da kommen wir schon mal nicht hoch. Ziemlich rutschig. Aha. Aber wir haben natürlich da irgendwas zum Klettern. Aha. Jawoll. Das ist das gute Alter an Charter. Schön mit Klettern. So muss das sein. Wow. Coole Gegend. Ist das Amerika? Oder wo sind die hier? Ja, gehe ich mal von außen. Da kommen wir nicht weiter. Sind alles Stacheln. Also geht es hier wieder lang. Können wir da runter nutzen. Kamerahilfe unter Optionen. Kamerasteuerung. Nee, brauchen wir nicht. Funktioniert alles so. Wenn ich gar nicht so. bin ich klar. Komm mit der Kamera. Guck ich da nochmal nach. Ah, jetzt können wir hier rein. Jetzt müssen wir da auch rein. Ja, ich denke, da runterfallen sollen wir nicht. Also gehen wir mal hier ins Gebäude. Okay. Still und leise. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich hoffe, ihr versteht Nathan gut, wenn der hier gerade redet. Und hier ist bestimmt ein Schatz. Im Schreibtisch der Nonne ist bestimmt ein Schatz. Oder vielleicht auch nicht. Ah, Mann. Ich brauche den ersten Schatz. Ganz dringend. Na, gibt es ein Spiegelbild? Jawoll. Ein Spiel mit Spiegelbild. Endlich mal nicht nur so eine komische Oberfläche. Man sieht was. Jawoll. Sehr schön. Ich nehme ein bisschen Medizin mit. Nee, wir gehen einfach mal so weiter. Oh, oh. Jetzt wird es gefährlich. Oh, diese Bilder hier. Guckt mal. Von welchen Nonnen. Hochauflösend in HD mit Glas vorne drüber. Man sieht sogar die Glasspiegelung. Ach, diese Grafik. Sehr schön. Sollen wir uns mal erwischen lassen, was dann passiert? Komm, da stehen in Kerkau oder so. Genau. In der Zwischenzeit muss sich ein Dutzend weiterer Jungen zu heffen. Das geht aber, junger Mann. Das habe ich extra gemacht. Das ist ja wie bei Assassin's Creed mittlerweile. Es müssen wir auch noch in Deckung gehen. Aber auch. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu heffen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugehen. Sie müssen es einsehen. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester, Catherine. Die verzweifelt an uns. Aber ich bin noch ein Ding ganz braver. Nur ein bisschen diebisch. So, nach vorne und kreisdrücken. Dann gehen wir weiter. also decken habe ich auch schon mal verstanden da gibt es bestimmten schatten der ecke ein bisschen üben hier da in dem raum da gibt es nicht jetzt aber kein schatz gibt da war es leuchtet was meine akte eine akte von nason drake st francis heim für jungen ja frances verhaltensbericht ich habe zufällig beobachtet wie edward mit einem von nathans büchern in der luft herumgefuchtet hat um den kleinen zu ärgern nächsten hat sich sofort auf edward gestürzt und den größeren umgeworfen ich bin gleich hin gerannt und dazwischen zu gehen doch da hatten sie es schon geschafft sich gegenseitig zu schlagen administrative unterschrift pater ryan duffy um nächsten scheint ziemlich aggressiv zu sein school suspension vier days vier tage nicht in die schule gehen wie cool ich weiß gar nicht was so schlimm dran ist in so eine suspension zu kriegen ist doch auch mal nicht schlecht vier tage frei oder naja eigentlich nicht mehr abusive language fighting physical obtain item action okay ja nicht schlecht können wir das hier noch drehen irgendwie können zoomen das ist nehmen den haben wir schon den original gesehen schön ausführlich gemacht okay wir haben eine akte gefunden war aber kein schatz ich bin enttäuscht aber immerhin wissen wir schon mal dass er aktenkundig geworden ist so gehen wir mal bei ihr rein und checken wir hier den bereich ab ja nicht so wir sollen hier sogar raus dann gucken wir doch erst noch mal die tür nicht dass dahinter der schatz ist ich weiß ich nerv euch jetzt mit dem schatz okay das hätte bestimmt nicht geklappt ich weiß auch gar nicht wie schätze hier aussehen jetzt ob die jetzt so kreis gedrückt halten ok ich hab's raus und guckt sie hin die raucht gibt es ja gar nicht so hier sind wir glaube ich schon mal ganz gut weitergekommen also in den anderen spielen haben schätze man die glitzert geblinkt geleuchtet ich habe die schlüssel wieder vergessen ich kann es hat ruhig wird spannend sie läuft weg und damit haben wir glaube ich das auch schon geschafft jawohl da ist sein großer bruder also nächsten ist der kleine bruder von den beiden können mich gut verstehen also nicht dass ich nachher hier umsonst geredet hat feld wer schön bis hin zu bekommen jetzt müssen wir hier weiter kommen jetzt darüber da oben ist er sind zwei bengelow hier mitten auf dem Dächern herum fuhrwerken unmöglich die beiden ja fall ich jetzt wenn ich da springe ich mach einfach mal boah das war knapp und man hat sogar die dachrinne gewählt richtig mit kalt da hoch komme ich nicht was geht kann aber nicht wahr sein komme ich da hoch jetzt traue ich mich nicht zu springen wo könnte es jetzt leider nicht rüber davon aus ja also die trophäe für keine kills habe ich schon mal verloren ne ach guck an jetzt läuft der sam auf einmal da vorne hin das war eben nicht oder also 100 pro der stand eben noch da hinten ich habe den ersten back gefunden was da eine kirche wievielu ist es keine ahnung ja wie komme ich jetzt weiter ich glaube hier bestimmt aber wohl nicht wahr sein jetzt ich weiß jetzt schon nicht wo es lang geht ach so ich war zu sehr links rechts geht es lang auch gut schaffen die Ecke klettern und jawohl stell euch mal vor ihr würde das echt machen würde man sich echt das trauen ich weiß nicht nicht gefährlich doch macht wir sind oben zu hören Aber nur noch eine Laterne mit einem Rucksack. Eine Taschenlampe mit einem Rucksack. Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle... Nathan, Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann ich bis Weihnachten warten. Was? Was ist draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Der Große scheint noch ein bisschen pfiffiger zu sein und noch ein bisschen rabiater als Nächsten selber. Ja, ja, die Großen stecken immer die Kleinen an. Das gibt's ja gar nicht. Und, ähm, wir suchen aber wieder den Schatz. Nein, hier haben wir jetzt keinen gefunden, würde ich sagen. Und wir spielen auf jeden Fall jetzt erst mal bis Kapitel Nummer 2. Also, wenn Kapitel 2 anfängt, werden wir eine kleine Pause hier im Stream machen. Und deshalb machen wir jetzt erst mal Kapitel 1 für euch. Ok. Und, äh, der Schone. Der Schöne ist so leicht. scheint man als Kind kein Schatz finden zu dürfen gerade als Kind ist es doch wichtig Schatz suchen jetzt auch nicht weiter geht es ganz oben wie ist der denn nicht weiter hochgekommen das kann nicht sein ich glaube müssen Grafik fällt mir so gut und jawoll Mann ich gehe ich Strasse das war leicht so guck mal hier hoch die geht nicht dafür sind wir zu klein Verdammt kein Türkei doch schon das dachte ich jedenfalls nein ist auch egal dann geht es ab nach oben nach oben einfach mir nach genau so und jetzt und jetzt geht es ab nach oben hast du das schon mal gemacht ein oder zwei mal hier komm schon du bist dran cool ein Greifhaken schon hat man einen Bruder auf einmal obwohl es drei teile keinen Bruder gab und schon hat man einen Greifhaken obwohl man drei tage drei teile lang keinen Greifhaken hatte aber immerhin jetzt haben wir einen dann ein bisschen ein bisschen wie bei Lara Croft und Indiana Jones geht es mit dem Greifhaken auch voran und wie bei Assassin's Creed Greifhaken ist im Moment ganz modern weil es hilft einfach viel schneller hoch zu kommen als immer zu klettern und damit ich nicht auf die Spitzen komme und und was hast du so gemacht bist du noch mit diesem Mädchen ja aktuell nein mal ja mal nein aktuell L.E. Nein cool mein Gott soviel Dach ohne Mum kein Rum welchen Rum meinen die jetzt Na los Nathan den Karibischen denk dich darüber nach du schaffst das what das schafft doch kein Mensch nein da stand natürlich Ruhm ich weiß das selber dass da Ruhm stand ohne Mum kein Ruhm ohne Mum kein Rum ist klar so wir laufen jetzt mal und das ist auch gut in den Grad im Stream Schäfer und er holt einfach mal ein Tag aus seiner Hose wer hat denn nicht in den Tag in seiner Hose ich meine jedenfalls so lange männlich ist na ist klar Prozent wollen wir mal über ein anderes Thema reden aber ich glaube das hat er auch sein im Rucksack geholt der hat ja einen Rucksack dabei und dann ist das schon okay dass der im Rucksack einen Enterhaken hatte und dann passt das schon irgendwo also guck mal dahinten das Dorf ist schön dass auch dieser Turm dahinten und die ganzen sehr schön und jetzt müssen wir hier hoch ich komme hier nicht hoch doch einfach X drücken wäre ja auch zu einfach geworden ja voll ich häng mal einfach hier ich mach mal eine auch Kunstfigur ich tue mal so als wäre ich eine Statue wieviel Uhr ist es kurz vor zwölf da sind die noch draußen die Kids das gibt es ja wohl nicht also direkt hinter dir ziemlich tief da Moment Richtung das Ziel drücken und kreisdruck ja das können wir auch wunderbar ok ich muss immer gucken ob ich nicht irgendwo ein Schatz vergesse vielleicht kann man da noch hochwerten Moment die Nummer zurück da unten da ist bestimmt nein das ist kein Schatz da was hätte hier einer sein können sieht selbst es hätte hier einer sein können das ist auf jeden Fall ein verborgenes Gebiet gewesen ne weil sonst wäre man hier nicht hingekommen wenn man nicht nochmal kurz zurückgegangen wäre es hätte so schön ein Schatz hier sein können Mensch ok weiter geht ok durch die Mitte vorsichtig ganz vorsichtig das ist ja was ab das ist eine Sünde ich glaube ja das meine wir sollen die gleiche Seite nehmen ich glaube dann geht es bestimmt abwärts wenn die andere Seite einfach aus weiser voraussicht außerdem sind wir auch viel dünner jetzt nach vorne drücken und ja ja das weckt man vor da geht es jetzt wieder aufwärts Tatsachen cool zu zweit ich will erstmal kurz in den Zimmer gucken jetzt warte mal auch schön die Lampen da drinnen und so da unten sind wir im Grunden hier ja ich übertreibe es mit dem Gucken schreib es einfach wenn ich übertreibe aber ich will mich so ein bisschen orientieren erstmal im Spiel ok ich nehme mal ein bisschen Anlauf ich bin ja nicht crazy Nathan ein letzter Blick in die Kamera bist du bereit? yeah ok doch ist ja gar kein Thema ui wow das war cool ja hätte ich jetzt nicht gedacht dass es so weit geht soll ich dich retten ach das schaffe ich schon selber ne gut ach im Multiplayer in der Beta konnte man auch das schon machen ja genau das wird also ein ziemlich oft genutzter Effekt werden denke ich nur mal das mit dem 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 mein gott wo müssen wir denn hin wo gehen wir eigentlich hin ist das eine Erkundungstour oder da oben blinks da gäb es einen bestimmten Schatz hatte ich ja schon mal erwähnt dass ich einen Schatz suchen will ach egal geht es weiter halt wir gucken aber hier mal kurz in die Ecke das könnte ja ein Schatz sein das auf jeden Fall ich muss sogar hier um die Ecke denke ich mir mal runter oh oh die Dinger brechen ein nein 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 schnell hoch die klappen alle nach unten wie cool so so schöner Ausblick was ja nicht schlecht schon weiter geht es ist schon mal hier oben du meinst du auf diesem Tag hier nein aber du kennst den Weg oder mehr oder weniger er glaubt er kennt den Weg hallo wo du jetzt lang jetzt hab ich mir zu sehr die Gegend angeguckt aber wir gehen einfach mal hier so die Kurve wir kommen nicht weiter vielleicht muss doch die andere sein wo wir hier rumkraxeln also so ein bisschen komme ich mir ja vor wie so in London und so das ist jetzt nicht mäßig aber das muss halt nur ein Spiel sein und schau mir zu wow wow das war mal effektreich jetzt mal gucken ob ich das hinbekommen ich bin viel kleiner als er das gilt nicht ich bin noch nicht mal darüber ah doch gesagt ok du schaffst das ok mach nur nicht zu viel nachdenken oh Gott was sagst du so einfach ich muss ein Kreis drücken weißt was das für mich bedeutet 3 2 1 meins oh Mist oh Mist komm 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 geschafft ja ja natürlich natürlich wo hat diese Lichtbrechung da an dem Dach da links sieht so cool aus folge mir wir haben es wir haben überlebt der Sprung hat geklappt da kommt jetzt schon mal was moderner so was hier Parkplatz so jetzt bist du mal dran hey ich kriege einen Enterhaken echt ich folge dir dann ok jetzt muss ich wieder üben L1 drücken sie L1 zum Werfen ich drück gerade L1 ich halte gedrückt so geht das nicht ok dann mal los ich nehme wieder Anlauf und Jela es ist sicher während des Greifens zu springen es ist sicher während des Greifens zu springen wenn ich jetzt springe ist das bestimmt nicht sicher wenn ich jetzt springe schon komm nur einmal das macht ganz so gespart auch normal jawoll das hat auch gut geklappt ok wir hatten jetzt das sei bekommen ich hätte jetzt gerne mitbekommen wieder das sei wiederbekommen hätte ob das bis zu ihm zurückgeschwungen ist ja hier geht jetzt runter würde ich sagen okay nach dir wo hin nach dir na komm ne ok so uh ja genau so und draußen ok sieh mal wow eine 250er 250 was redest du da nein das ist die 500 kubik twin wie krass ja die ist geklaut wow ich klauen ey du solltest wissen ich hab mich geändert gekauft von meinem schwer verdienten Geld ja komm spring auf was so etwas machst du doch nur wenn du etwas gut machen willst du bist ein ziemlicher klugscheißer weißt du das was ich hab da diesen Job gutes Geld sehr gutes aber ich muss eine Weile weg was ist eine Weile für ein Jahr höchstens ein Jahr und dann bin ich ruckzuck wieder da ok du lässt mich hängen ach komm mach's nicht so dramatisch war's denn nicht schon genug mich da drin zu lassen wie kannst du mir das antun hey halt ich mach das für dich das Geld das ich verdiene ist für uns beide und wenn du in ein paar Jahren reisen nimm mich doch mit ich komm selbst kaum über die Runden ich kann helfen ich weiß du findest das Waisenhaus beschissen wenn du wüsstest ja aber es ist für dich gerade das beste ok du musst mir jetzt einfach vertrauen das ist nicht fair hey das Leben war noch nie fair zu uns aber wir sind noch da oder? stimmt tja weißt du das Motorrad war nicht die einzige Überraschung und die nächste muss ich dir wohl verderben was? ich hab Mams Kram gefunden alles was Dad verkauft hat ich kenn den Käufer sagst du mir das damit ich mich besser fühle nein ich schwöre es wo? am anderen Ende der Stadt wollen wir hinfahren und das holen du meinst stehlen es ist nicht gestohlen wenn es uns sowieso gehört ich fürchte die Polizei sieht das anders na dann lassen wir uns nicht erwischen bist du bereit? oh ja oh ja ja genau sag ich auch komm her du kriegst du erstmal einen links und rechts und links ha 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 chingada eh este gringo sabe pelear eh ja ja aber du dann darf ich dich nicht verstehen au 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 so erst mal in den Breitnummer an fährt wir fahren das in den breitnummern und dann in den breitern du fährst du fährst da muss ich mich ein bisschen rein da hast du einen wo die Und mit dem Bein, und noch mal mit dem Bein. Abel, die die Silber nicht benutzt haben. Denkst du nicht mehr was zu tun? Jawohl, du hast ja Sinn gemacht. Du kommst doch nicht, komm mal. Du kommst doch nicht. Was für ein Matsch, bin geil man... Geht weiter, Kaya! Rolar, schnell, schnell, schnell. Geh... Ich sag das nicht, wie geil! Ich versteh nur Bahnhof. Jetzt hab ich schon Untertitel an und ich weiß, steht trotzdem nix, was die da gerade erzählen. Nathan, wir sind im Knast, würde ich sagen. Aber wo? Ah, Brie. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Das fängt hier gut an. Zuerst im Waisenhaus eingesperrt, jetzt im Gefängnis eingesperrt, gar nicht gut. Ich kochte ne Motorbootjagd. Ja, steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so'n schönen Traum. Ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Ein höllischer Ort. Und somit sind wir im zweiten Kapitel. Und ob es mir glaubt oder nicht. Ich habe gesagt, im zweiten Kapitel machen wir eine kurze Pause. Nämlich eine kurze Pause von circa zehn Minuten. Gucken wir mal ganz kurz ins Menü hinein. Es gibt noch irgendwo einen Fotomodus, Bonus. Schätze. Mal gucken. Noch keine Schätze. Noch immer nicht. Ich bin sowas von enttäuscht. Und Statistik. Was haben wir? Bis jetzt schon 37 Minuten gespielt. Davon ohne Bewegung sechs Minuten verbracht. Also Filme geguckt. Und ihr seht schon Schätze 0 von 109 Tagebucheinträge. Noch nix. Da kommt also noch einiges. Optionale Gespräche kommt auch noch einiges. Und ich hoffe, die zehn Minuten haltet ihr auch ohne mich aus. Ich bin mal kurz aus dem Stream raus. Wenn ihr weiterschauen wollt, lasst ein Follow da. Da kriegt ihr mit, wenn ich wieder online gehe. Oder wartet einfach kurz zehn Minütchen. Dann bin ich wieder da. Also macht's gut. Bis gleich. Bye, bye.